Freunde, wo sind wir hier gerade? Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich euch zugeben. Ich moderiere gleich eine Show, Freunde. Wir sind hier gerade in Berlin bei Stoked. Und wir werden heute, werde ich eine Show moderieren, die heißt Rap Games. Und Freunde, die Gäste sind niemand geringeres als Rukwai, Liz, Celo und Abdi, Digger. Celo und Abdi werden gleich nach hinten durch diese Tür kommen. Das ist Tim, der isst gerade ein Burger. Celo und Abdi werden gleich da hinten durch die Tür kommen, Digger. Und ich werde die kennenlernen einfach. Junge, ich fass es nicht, Digger. Okay, wir belästigen hier kurz nochmal Lena und Tim. Hi, Freunde, was geht? Hallo. Na? Na? Äh, Abdi ist noch nicht da, oder? Ich habe nur Celo gesehen bis jetzt. Wow. Ich kann aber jetzt noch nicht Hallo sagen. Warte mal, ich muss noch mal weggehen. Ich muss noch mal wiederkommen. Ich muss noch mal wiederkommen. Oh, Junge, das ist so fucking uneingenehm. Lass uns kurz eine Runde laufen, Digger. Digger, er isst doch. Er isst so lange. Er ist jetzt noch da und sie essen sich raus. Das Junge ist so geil. Was mache ich hier? Ich fitte hier überhaupt nicht rein. So geil. Kevin, NPC, Endboss. Okay, wir gehen nochmal zu Tim und ich esse einfach. Ich trinke einfach was. Ey, habt ihr zufällig mein Trinken gesehen? Nee, ich meine nicht. Nee, okay, dann nehme ich mir, glaube ich, einfach ein neues Wasser raus. Ja, ich brauche jetzt einen Eistee. Jetzt geht er scheißen, Digger. Jetzt wieder, ich habe wieder die Möglichkeit verpasst, er geht jetzt kacken. Oh, Digger, es ist so langweil. Sind die denn schon da? Wer? Mann, halt die Fresse. Digger. Du siehst aus wie der Praktikant vom Kamerateam. Oh, man. Ich habe auch das Gefühl. Das ist so praktisch, oder? Ja. Ey, Jovi, war der Schiss. Ja. Okay, fangen wir, steigen wir so ein. Scheiße, Digger. Geh aufs Klo und sag dort Moin. Hammer, Idee, Digger. Ja, mache ich. Okay, Mensch, eigentlich musst du mit der Kamera, du musst dich verstecken. Servus, Celo. Riecht ein bisschen nach Haschisch hier. Bray acted, als würde er gleich Emma Watson treffen. Mann, Digger, aber sag doch ehrlich, als wird dir nicht aufgeregt. Aber es ist schon, oh, er kommt, 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 Ich stehe hier im Verpflegter NPC hier. Ganz alleine. Mit meinem Eis-Tee. Digger. Oh, man. Oh. Jemand hat geschrieben, ich soll hingehen mit Moin. Was kippst du eigentlich? Alright. Oh, nee, das ist, ich hab, jetzt ist sie da zu mir zu. Hi, was geht? Hi, Kevin. Hi. Ich moderiere hier die Show. Echt? Prima. Seid ihr gut angereist? Ja, ja. Ja? Geil. Oh, Mann, das war fucking cringe, Mann. Habt ihr schon Trinken? Ja, okay. Ich bin ein verfickter NPC-Freunde. Guck mal, wie der Hundeson da hinten lacht. Guck ihn dir an, Digger. Der Wixer. Wir müssen kurz mal wegmoven, Digger. Wir müssen kurz mal wegmoven, einfach. Okay, wir müssen auch noch wegen Abti Hallo sagen. Ich hab grad schon mal Hallo gesagt, war ein kompletter Reinfall. Ja, ja. Ist da was los? Ja, ja. Hi, Bro, was geht denn? Was geht, Bro? Alles klar? Wie geht's? Alles gut, man? Freut mich, korrekt, stabil. Seid ihr gut angereist, ja, oder? Ja, klar. Lange nicht gesehen, geht's dir gut. Natürlich machen wir, Brüder, machen wir nochmal. Jetzt wird erstmal diesen Stuhl. Genau, Brüder erstmal hier. Jetzt wird so krass. Ja, super, siehst du ja, wie es ist. Probier in der Haus. Abti, 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 Uwe installiert. Jetzt kriegst du schon mal zu lachen. Tschüss! Ah, das wird herrlich, ich freu mich. Ist das ein CBD-Pen? Äh, nein. Ja, nee, nee, das ist, ja, ein Fleisch, ja. Das ist, das ist nix, da ist gar nix drin. Tabak, ne, ist so wie Elfbar. Elfbar. Nochmal. Cola-Geschmack, deswegen ist es so braun. Geil, geil. Ansonsten, ja, jetzt hier, Dings auf jeden Fall ready, ne? Ich hab Bock, will los nicht. Ach, Bruder, wir sind zum Gewinn hierher gekommen. Wir sind sechs Stunden hierher gefahren, vier Stunden, dann müssen wir verlieren, oder? Dann gewinnen, Bruder! Das ist der Bad-Game-Spirit. Ja, Mann, wann? Ja. Okay, das hab ich nicht vertrefft, das war besser, das war besser. Das war so wieder. Das war so. Moin! Aber hast du jetzt geschafft, oder? Ja, der zweite war so wieder. Ja, Mann, ja, Mann, let's go! Ja!